Wir haben hier den Platz zum Flügelrecht in Mündepul! Nachstrahl-Schutz, die Rassortanz-Legendere, Nidhu, der Steven Piau! Spiel! Schuss! Hallo, ein superverworten hat der Stine Ball. Schuss! Dann kommt jetzt zum zweiten Schuss von FN 23. Und in Nummer 14 ist es der Slim Leuchang. Ja, super, für den ersten Tag. 2-2-1-4 für den FC Winterthur. Wir kommen zum letzten Schicks für mich. Jetzt sind die Nummer 6. Wer geht raus? Wir fangen mit euch. Jetzt können wir dritte spielen. Rainer Biering, 15-10 für Winterthur. Ja! Nächste Schicks für den Rassauberklub. Mit dem 1-10 für Steven. Super! Ich hoffe, den letzten Schicks zu einer Ausgleichen. Wir spielen mit den Nummer 28. 12. Erwin Lelianu. Rückfiel zu der Steven. Ja! 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 Und der herzlichen Zettel ist in der Fagette, es ist in der Nummer 28, der Töckl! Sieben spielen wir uns rund. Wer ist in der Nummer 28, der Winterbruch? Der 60-80-Bereich ist in der Nummer 24, der Luka Mabicic. Der 60-90-Bereich ist in der Nummer 7, der ihr seht in der Luka Mabic. Ja! Es geht weiter, der Penalty-Krimi. Nächster Spieler beim FC Winterthur, wo sich der Penalty schießen, ist der Nummer 15, Patrick Schuler. Alieh! Alieh! Ich kann nicht gut kommen! Stattel! Für unsere Sigrid Kanarek! Der 60-20 für Rassava-Krupp! Es ist die Nummer 24, der Brunscher-Generäusch. Es ist die Nummer 11, der Michael Sprunger. Die Brunscher-Generäusche. Wir haben die Nummer 2, der Dr. Hester. Das ist die Nummer 5, der Dr. Hester. Wir haben die Nummer 7, der Dr. Hester. F-U-T, 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 F-U-T! Es ist die nächste erste Vervalentur von Sanka! Wer übernimmt die Berantungen, die mit ihr? limited 13 15 15 F.C. F.C.! F.C.! F.C.!